Willkommen bei Obermatt. Mein Name ist Hermann Stern. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens und Entwickler des Obermatt Aktienalgorithmus. Wir haben bei Obermatt ein grosses Motto. Niemand kümmert sich um Ihr Geld so gut wie Sie selbst. Deshalb sollten Sie Ihre Aktienanlagen selbst tun. Aber werden Sie sagen, ich mache das gar nicht gerne. Nun, dann denken wir, sollten Sie die Zahlen anschauen. Wenn Sie 500 im Monat sparen, das 30 Jahre lang tun, dann haben Sie fast 200.000 an Bankgebühren bezahlt. Diese 200.000 haben Sie in Ihrem Ruhestand lieber selbst. Nun, sagen Sie, das ist schön und gut, aber ich mache es immer noch nicht gerne. Da kommt Obermatt ins Spiel. Wir machen es Ihnen wirklich einfach. Sie erhalten wöchentlich oder monatlich oder einmal im Quartal Top 10, also die besten 10 Aktien nach Finanzkriterien. Dabei ist alles auf eine ganz einfache Art und Weise präsentiert. Aber noch wichtiger, es gibt keine persönlichen Meinungen in unseren Analysen, es gibt keine Marktlaunen und es gibt keine Gefahr von Hintergedanken bei den Anlagenanalysen. Können Sie dabei etwas falsch machen? Nicht wirklich. Denn am Aktienmarkt stellen professionelle Anleger stets sicher, dass die Preise so gut sind, wie sie sein können. Wir beginnen Sie also mit dem Schnellstart Aktienanlagen, den Sie bei uns kostenlos beziehen können. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Selbstanlegen und beim Genießen der Früchte Ihres Anlegens im Ruhestand. Auf Wiedersehen.